Ja, hier an der Rabenwand möchte ich euch ein bisschen was über unser Wegenetz erzählen. Wir haben 250 Kilometer bei uns im Nationalpark. Von barrierefrei bis hochalpin ist da alles und für jeden etwas dabei. Wir haben in allen Tälern Möglichkeiten zum Fahrradfahren, aber nur auf Vorstraßen und auf den Asphaltstraßen. Das ist alles ausgezeichnet. Bitte haltet euch auch an diese Regel. Ganz wichtig ist es auch, im Nationalpark ist es Wildcampen verboten. Auch daran halten, wir haben Campingplätze hier am Königssee zwei Stück, auch in der Ramsau sind welche. Also da ist bestens dafür gesorgt. Neben mir sehen wir das Schild, das geht rüber zum Königsbach Wasserfall. Wir mussten jetzt nach drei Jahren Kampf dieses Gebiet einfach sperren, weil dieser Hype um diesen Infinity Pool so groß geworden ist und die Schäden an der Vegetation einfach viel zu groß waren. Musik 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 Vielen Dank.